Es kommt dadurch, dass sie eben wegen Risse in der Schule von Direktorin Schmidt-Gössenwein gerufen werden, weil sie beide Architekten sind. Und wegen dieser Risse möchten sie dann eben die Schule schließen, wegen der Sicherheit der Schüler. Und Otto Leonhardt denkt aber, dass die Schule für immer geschlossen wird und möchte eben nicht, dass da Änderungen dran vorgenommen werden und schrumpft sie deshalb.